Mein Name ist Andreas Wolf, ich bin Vorstand vom Skiclub Aschbach, bin Mitglied seit 30 Jahren im Verein. Unser Verein hat aktuell 533 Mitglieder. Mein Name ist Werner Preisch, ich bin Ehrenpräsident vom Skiclub Aschbach und Gründer des Projektes Schule und Verein. Wir sind hier in der Konrad-Häuser-Schule in Groß Aschbach, wo alles im Jahre 2000 anfing. Anfing deswegen, weil der Skiclub Nachwuchssorgen hatte oder Nachwuchs brauchte. Und dann ging ich seinerzeit zum Herrn Rektor, zum Herrn Freier und rannte dort offene Türen ein. Ja und seit 2000 läuft das Projekt Schule und Verein. Ich habe das in den ganzen 20 Jahren begleitet, werde das auch noch ein bisschen weiterhin begleiten, weil das mir einfach sehr im Herzen liegt. Und schauen wir mal, wie weit wir kommen, was die Pandemie macht und was der Schnee macht. Wir haben im Schnitt zwölf Veranstaltungen im Winter. Davon ist unser Hauptaugenmerk im Januar auf dem Skikurs. Da bieten wir zwei Wochenende mit Skikurs und Snowboardkurs an. In der Regel sind wir um die 80 bis 90 Teilnehmer an den zwei Wochenenden. Die zwei Wochenenden sind wir, wenn die mir die freischalten, zur Anmeldung innerhalb von 30 Minuten ausgebucht. Wir sind sehr, sehr überrascht, dass wir hier in die Endauscheidung gekommen sind und uns ein Geldbetrag zukommen wird. Diesen Geldbetrag wird ausschließlich für dieses Projekt verwendet, weil die Preise natürlich immer nach oben gehen und bei manchen Eltern hier nicht unbedingt so viel Geld vorhanden ist, damit wir dann mit diesem Geld hier den Gesamtpreis nach unten drücken können. Und wir sind eigentlich froh für jeden, der hier uns finanziell auch mit unterstützt. Nicht uns unterstützt, sondern die Kinder. Nicht uns unterstützt, sondern die Kinder.